Feindlicher Angriff Ja und zersetzen sollten wir da noch auf Hilfe auf Korscher stellen Auf mein Zeichen Sofort Mir nach Und los Folgt mir für den Orden Halte durch Männer Schließt die Reihen Ja schön, wenn Korscher nicht jeden Auf mein Kommando Auf meinen Befehl Zu Befehl Wir werden angegriffen Hier Oh Nicht so schön Verstärkt die Deckung Zu Befehl Stehe bereit Und los Die Linien müssen halten Sie sind überall Vorwärts Feindlicher Angriff Zu Befehl Ja, vorwärts Zu euren Diensten Auf mein Zeichen Schlag, zieht zurück Schließt die Reihen Auf mein Kommando Die Rune befiehlt Zu Befehl Haltet durch Männer Zeitlicher Angriff Verstärkt die Rune Schlagt sie zurück Auf mein Zeichen Schlagt sie zurück Schlagt sie zurück Okay, Korscher Böse Bereit Zur Ehre Die Rune ist Feindlicher Angriff Stehe bereit Schlagt sie zurück Stehe bereit Ausgeführt Okay, Heider mit Down Schließt die Rune Ist doch schön Schlagt sie zurück Feindlicher Angriff Verstärkt die Deckung Verstärkt die Deckung Naja, fast schon klar Dass er gegen Schock ist Schließt die Reihen Zu Befehl Verstärkt die Deckung Halte durch Männer Und ja Dass er So eine starke Hypnos hat Ist auch nicht gerade hilfreich Sie sind überall Ach, Korscher Down Bereit Zwergen Rune Ja, damit haben wir Die Klagenden Steine Korscher der Knochenmal Mal ist der Anführer Der Untoten Heere Fällt er Endet der Angriff Der Grauen Horde Um die nordrheinliche Endgültig von dieser Gefahr Zu fallen Frei muss Korscher Verdichtet werden Ja Bereit Und los Mir nach Bereit Folgt mir Wir könnten jetzt Nach Vispa Gehen Hey, cool Elite Und wo ist das? Wo ist das? Ist doch schön Und ja, Elite Ist wirklich die Absolute Elite Fehlt eigentlich nur Der Älteste Und der Krieger So, aber Bevor wir Auf mir nach Kommando Auf mir nach Vispa Gehen Machen wir Den Exkurs Folgt mir Ja, die beiden Teile Okan begehrt Diese Maske Wie kaum etwas anderes Nur dass sie Gefunden worden ist Wird er bereit sein Zum Verhandeln Die Grabstädter Der Sein Geist Umgeht Ist in Vispa Zu finden Ihr gebt euch Durch das Portal Hinter Korschers Tun sein Nach Vispa Korscher ist besiegt Der Weg nach Vispa Frei Die Maske des Belial Ist komplett Nun ist es Zeit Nach Vispa Aufzubrechen Und mit Okan zu verhandeln Aber ja Wie gesagt Bevor wir das machen Machen wir Erstmal Exkurs Nämlich Einmal Gehen wir Zurück Zur Grenzfeste Und geben Flink Bequinter Den Gegenstand Den er sucht Das will ich können Weil Flink Nicht mehr da ist Ha 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 Grüße Freund Gut Du hast auch nichts Mehr zu sagen Aber wir Bevor wir es wieder Vergessen Hm Ne Ich mach's Jetzt Sind alle nackig Und ich darf sie Wieder anziehen Was ja auch nicht Schlimm ist Ok Sie ist sehr mächtig Das heißt Ich sollte hier Eigentlich Ja wirklich Das Teil hier Geben Ja Macht sehr viel Böse Impf Wobei sie mit Schillen Nicht gut Umgehen Kann Ich kannte Ja den hier Geben Das ist Effektiver Würde ich Sagen Ja Rüstungsmäßig Stahlschildpanzer Ja Wenn sie den tragen kann Dann immer her damit Punkt in Lederhose Nee Nicht für uns Gut geeignet Ah Weißt du was Trakett Sieht das scheiße aus Trag die dunkle Lederhose Sieht zwar auch nicht so Sonderlich gut aus Aber besser als die Lederbeinlinge Und Windstahlhelm Und zwei von denen So Nächster Kandidat Du hast Schilde Und große Klingenwaffen Also sollten wir dir auch Schilde Und große Klingenwaffe Geben Nehm Weißt du was Nimm den hier Und nimm so einen Nimm den Windstahlhelm Nimm die Silberrüstung Der Ultraner Schild Ist am besten Für dich geeignet Ach ja Ne Hose bräuchtest du auch Noch oder So Und waffenmäßig Das ist alles Zweihandy Kriegsachst Das Teil Schweres Breitklingen Schwert Wahrscheinlich Jetzt auf das hinauslaufen Oder haben wir noch was Besseres Ne Ja Schweres Breitklingen Schwert Normales Gut So Bei dir Ah ja Du bist Schütze Kriegst den Wisper Eibenbogen Aballa Nahkampfmäßig Geben wir dir Eisstab Ein rostiger Dolch Wäre nicht so schön Ein Eisendolch Taugt Nichts Also Da kriegst Den Eisstamm Kannst du nicht Sogar Irgendwelche Ja du kannst Sogar Eis Magie Das ist Wahrscheinlich Deswegen Guter Nö Passt ja dann Zu dir Der Eisige Wanderer Kannst Windsteinpanzer Tragen Kannst So Eine Tragen Tragen Lieber So Eine Geschicklichkeit Intelligenz Wendlichkeit Intelligenz Charisma Habe ich So Ein Ja Habe ich Okay Der Wäre aber Eher Was Für Die Priesterin Von Daher Ja Fälligkeit Intelligenz Gut Ja du Kriegst Den Ring Und Den Ring Helm Mäßig Kriegst Du Ja Ein Einfach Glaubens Helm Was Besseres Ah doch Die Bann Maske Roben Mäßig Können wir Dir Nur Eine Grüne Robe Andrehen Ja Ja Stimmt Du Kannst Fernkampf Also Kriegst Eine Armbrust Schlichter Magierstab Haben wir noch was Besseres Ja Ja so ein Ja so ein Hier Wahrscheinlich Rezepter Des Lichts Macht Auch Nicht Gerade Was Besonderes Ja Weil der Macht Zehn Weisheit Machst du Doch Oder Ja So Letzter Kandidat Du Kriegst Das Graue Tote Und Dann Kriegst Du Den Mana Raub Äh Schildwäßig Kriegst Das Da Wieder Oh Stimmt Den Reißer Film Waps Kannst Du Nicht Tragen Den Kann Ich Beim Nächsten Stufenaufstieg Tragen Was Gar Nicht Mal So Schlecht Wäre Für Mich Äh Ja Was Gebe Ich Dir Eigentlich Lieber So Eine Robe Hier Sie 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 Fast Aus Wie Ruhens Robe Das So Bekloppte Helm Knochenring Ist Okay Den Wurmerhauker Auch Okay So Meine Helden Sind Ausgerüstet Wir Können Uns Zum Schwertfels Jetzt Aufmachen Denn Den Möchte ich Jetzt Nicht Mehr Länger hinaus Zögern Eigentlich Hätten Wir schon Vor Den Ähm Ja Klagenstein Klagenstein Mit Speichert Speichert Jetzt Hier Und Machen Einen Cut Bis Gleich Gleich Vielen Dank.